So, da sind wir zurück und es geht gleich weiter mit Thimbleweed Pork. Wir versuchen das Testament zu öffnen. Und das sollten wir doch hinbekommen. Okay, was habe ich gesagt? Ich muss zu Franklin, weil der durch das Gitter kann. Das ist der Einzige. Aber Chuck hängt hier fest. Ich muss immer ins Penthouse. Okay, cool. The glow makes the cake look delicious. Hi, Virgil. Hi, Franklin. Don't let Xavier see us talking and not working. Do you know how we can get out of the hotel? I know there's a way you can visit your dead relatives. If you have the spell book and offering left for the dead, that is. We all went to Chuck's funeral recently. Were there, you know, many people? For Chuck Edmund, of course there were. Everyone loves Chuck, you know, except me. I don't know how the spell worked exactly, but I know the secret room smelled really nice. Smelled really nice. Can I have some, you know, cake? This is a special ghost cake. It's super rare and hard to get. I'm not going to give you any unless you have a really good reason. How about it looks, you know, tasty? I can't waste a slice of cake for that pathetic reason. Oh, okay. Sorry. Thanks anyway. See you soon, Virgil. Ich muss das Secret Spell Book finden. Das hat der Agent, aber ich kann dem Geist nichts geben. Hallo. It's an Elevator. Dann mach mal. So, Clara, what's life like as, well, you know, a ghost? For starters, it's not life. Of course, but you know what I mean, right? What's it like? It's like being a ghost. How come you're so, you know, upset all the time? That's unfair. I'm not upset all the time. I'm just a little hungry right now, and that makes me angry. That happens to me, too. There should be a word for that. What can ghosts, you know, eat? As a ghost, it's hard to find food that we can eat. My particular weakness has always been ice cream cake. But I'm stuck in this stupid elevator, and I can't get any. Kuchen. Can I, you know, please go to the penthouse? No. Hmm, please. No, you're not my friend. I don't know you anything. Bye, Clara. The closed elevator door. Okay, so. Shut up, you. The glow makes the cake look delicious. Hi, Virgil. Hi, Franklin. Do you know how we can get out of the hotel? I know there's a way you can visit your dead relatives. If you have the spell book and offering left for the dead, that is. I don't know how the spell worked exactly, but I know the secret room smelled really nice. Can I have some, you know, cake? This is special ghost cake. It's super rare and hard to get. I'm not going to give you any unless you have a really good reason. Clara said. How about, Clara said she wants some, you know, cake? For Clara? That changes everything. For her, I'd do anything. Here, take a slice. Just make sure you tell her it's from me. Thanks. I'll do that. See you soon, Virgil. Grisha. Let's skip kind of gif. Delicious cake, made especially for ghosts. It doesn't have any candles to blow out. I'd just blow frosting in my face, knowing my luck. Voila! Now it's ice cream ghost cake. Frozen ghost cake, irresistible. It's already frozen. Frozen ghost cake, irresistible. Oh, it's just the flap doodle again. Would you like this, you know, ice cream ghost cake? Oh my, you shouldn't have. That's so kind of you. Actually, it's from Virgil. I think he, you know, likes you. Really? Well, I never. That's delightful of you to deliver it. Thank you so much. I feel much better already. Now, what did you want to ask me? So, Clara, do you know how you died? I was dancing at the hotel ball with my husband, and then I felt a horrible pain in my side, and I woke up dead. I was in the hotel too, I think. I just remember a flash, and then I woke up dead. I think we were all murdered in the hotel. Well, there is something creepy about this place. Who put Xavier, you know, in charge? No one. He just arrived one day, and the next thing I knew, I was on boring elevator duty. He's a Fusterlugs and a Klasomaniac too, but no one will ever challenge him. You seem like someone who won't take guff from anyone. Maybe you can. Well, I don't know. I'm not really the type, you know. Don't you get bored being stuck here for all eternity? The first 50 years are hard, but then you get used to it. New guests show up, and it's fun to figure out what scares them. I also love this new invention you have called TV. I love when one of the guests is watching Hospital Hijinks. That show is so funny. How do we, you know, get out of the hotel? Xavier has a secret chamber in the penthouse, where he can cast a spell to travel beyond the hotel. I don't know how he does it. There was a special book from outside the hotel, and there was something else too, I think. He took us to Chuck's funeral the other day. Chuck is my brother. Now you're just name dropping. How do we, you know, get out of... Xavier has a secret... I don't know how... There was a special book from out... Can I... You know, please go to the penthouse now. Oh, right. I'm tired of listening to Xavier. That old fustelugs. Maybe you can figure out how to get rid of him. Oh, you know, that sounds pretty confrontational. I don't know. Don't be so pigeon-livered. You should stand up for yourself. Oh, okay. I suppose you're right. Good, it's decided then. Just push that penthouse button for yourself when you're ready. I won't stop you anymore. Company, thank goodness you're back. Bye, and good luck, Clara. I can't believe I finally made it to the penthouse. Who's that now? What are you doing here? Um, you know, just looking about. I suppose I'll allow that, as long as you don't annoy me. I feel warped just looking at those strange runes. They, like, have some sort of, you know, power over me. Okay, I'll get next. Better than the view from the balcony. Stay away from my crystal. Stay away from my crystal. A new ghost. I told you not to bug me. Is there any way I can speak to my daughter again? Not a chance, new ghost. Only the crystal behind me will grant you the ability. And you'll never get it. Okay. Hypothetically, if I was to get the crystal, how would I use it? Well, you're not going to get it. But hypothetically, if you were to get it. And only hypothetically, because you will never get it. Yes, you know, only hypothetically. Okay. Hypothetically, you would just take it into my secret room. And you'd be able to talk with the living. That's it. Okay. Can I please have the crystal so I could speak to Dolores one last time? Not a chance, new ghost. The crystal behind me has untold powers. And no one will ever get it. Sorry, you know, to bother you, Xavier. Bye, Xavier. Sorry, for bothering you. Es hört sich die ganze Zeit an, wenn er Xavier sagt. So wie Charles Xavier. Sehr strange. Okay, naja. Hier geht nix mehr. Warum hat Clara eigentlich erzählt, was ihre Lieblingstechnik schon aus? Company, thank goodness you're back. Das muss doch irgendeinen Grund haben. Bye and good luck, Clara. Der Klick war unabsichtlich, aber eigentlich eine gute Idee. Nee, das Zentrum, hier wird ja umgebaut. Viel blut. Tut sich nix. Es ist auf Hospital-Hijinks. Ein Drama über einen T-Rex, der ein Doktor wird. Sadly, sie haben nicht das Budget, um den T-Rex zu zeigen. Okay. Okay. Oh, geil. Cool, sogar darf er Soundfetzen. Das ist doch geil. Und der Dissens stirbt jemand weg. Aber es bringt nix. Und der Dissens stirbt jemand weg. Was ist dein Lieblings-Hospital-Hijinks? Was ist das auf der TV? Oh mein, das ist mein Lieblings-Hospital-Hijinks! Das ist ein Lieblings-Hospital-Hijinks! Das ist ein Lieblings-Hospital-Hijinks! Oh hey, damit ist der Aufzug frei, scheinbar. Geil! Seht ihr mal, so schnell kann man was erreichen. Oh, diese Fahrstuhlmusik ist so elend. So. Das bringt mich jetzt aber immer noch nicht zu dem Buch der Toten. Sonst kann ich hier scheinbar nicht viel machen. Hm. Du merkst nicht mehr, dass der PC an oder aus ist. Der Clown braucht die Seite aus dem Witzebuch. Bei den zwei höre ich gerade gar keinen Schimmer, außer dass sie in die Fabrik wollen. Was aber irgendwie scheinbar nicht geht. Ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Was? Hat der Loris noch irgendwas offen? Hm. Warte mal, der Agent hat das Buch. Und das brauche ich ja. Und ich habe gerade den Fahrstuhl anlockt. Was? Penthouse. Es geht voran. Hm. Achievement sky high. Wer ist das jetzt? Das ist unglaublich. Ein lebhafter Mensch. In meinem Haus. Kleder ist in so viel Probleme, wenn ich sie sehe. Okay, da steht nichts. Was? Ich kann einfach öffnen. Ich kann einfach öffnen. Erst mal suche. Gibt es hier das? Gibt es hier das? Also klicken. Awkward. Dust. Hier ist nix. Hier ist Podium. Glowier. Das ist ein Buch. Es ist ein Buch. Hier ist ein Buch. Ich glaube, es muss sich ein Glowier sein. Es muss sich gut arbeiten. Es muss sich etwas aus den Todes. Glowier sein. Oh, looks fine to me. Tss, idiot. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Eine Kerze ist der Lichtswitch, okay. Komische Zeichnungen, aber nichts zum Anklicken. Ich denke, es muss sich glücklich sein, um zu arbeiten zu können. Es muss etwas aus dem Todes. Es muss etwas aus dem Todes. Ach, ich hab doch gerade die... Ich hab doch die Blume aufgebaut. Eine Blume aus dem Cemetery. Ja, passt. Etwas von den Pfoten. Das kann dauern. Ich wundere, was der Gäste jetzt kommt. Wer ist der Gäste? 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 Der Clown bestimmt. Wer hat die Agentin wahrscheinlich auch nicht? Wer bleibt der Geist? ist. Zum Glück kann ich später quicktrabbeln und muss nicht alle wieder einzeln mit dem Aufzug runterholen. Das ist ja grauenhaft. Da bin ich jetzt mal gespannt. Es ist bereit für mich zu sagen, das Spell zu sagen. Ich liebe dich, Dolores. Ich bin sehr stolz von dir. Ich bin sehr stolz von dir. wenn es Ego ist. Wo ist mein Sarcophagus? Warum bekommt der Bruder Chuck einen und ich nicht? Vielleicht ist es, weil niemand mein Körper gefunden hat. Könnte sein, ja. Teil 5. Die Lesung und ein Achievement. Part 5. Okay. Geht nahtlos weiter. Oh mein. Oh mein. Doug lebt die Farms. Die Destruction von Thimblewee County beginnt zwei Tage nach dem Verifizieren dieses Wille und Testament. Oh, und diese letzte Teil in Tiny Print. Dolores bekommt ein Pilotron 3000 T-Shirt. Das ist wie viel als er aus Pilotronik bekommt. Lenore bekommt nichts. Franklin bekommt nichts. Doug bekommt meine Zinkplattung. Das ist die Zinkplattung, Doug. Und dein T-Shirt, Dolores. Enjoy. Das ist die Zinkplattung. Das ist die Zinkplattung. Das ist die Zinkplatte. Das ist die Zinkplattung. Aber wisst ihr was? Ein neuer Akt ist ein perfekter Zeitpunkt, um abzuspeichern. Und da es auch schon halb zwölf ist, zu sagen, kurz Nächte. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, die Tage geht es weiter mit dem wunderbaren, tollen Thimbleweed Park. Also, ciao, ciao.